Herzlich Willkommen bei K-Man und Flexi und wir werden heute mit dieser Drohne Barbie überwachen! Wir befinden uns hier in der Märchensiedlung und ihr habt uns nämlich in die Kommentare geschrieben, dass sich hier Barbie befindet. Barbie, die original echte Barbie, man muss hier irgendwo sein. Ihr kennt alle Barbie, blonde Haare, tolle Figur, super sympathisch. Lasst jetzt mal ein Like da, wenn auch du Barbie kennst. Und schreibt Barbie in die Kommentare. Schreibt Barbie in die Kommentare. Die E-Leute, wir werden jetzt Barbie suchen und danach die Drohne... Was ist denn da vorne? Am Geländer, da ist was Pinkes. Komm, komm, auf geht's! Das sind doch die Haare von Barbie! Sind das die Haare von Barbie, Mann? Ja, ihre Extensions! In Pink! Du weißt doch, die Farbe Pink! Deshalb schreibt jetzt auch nochmal Pink in die Kommentare! Oder Pink, eins von beiden! Und lasst ein Like da! Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur, K-Man! Das heißt, wir müssen weitersuchen. Wenn ihr irgendeinen Hinweis... Barbie? Barbie? Nein, nein, ist nicht! Nee, sie versteckt sich doch nicht im Mülleimer! Tom, da vorne, guck mal da! Oh, da ist doch was! Wieder Pink! Krass! Schaut euch das an! Pink, Pink, Pink! Das macht Sinn! Wir sind hier in der Märchensied... Umso mehr ihr Pink in die Kommentare schreibt, umso mehr Sachen in Pink finden wir! Wie krass ist das denn? Wir sind auf der richtigen Spur. Alle guten Dinge sind drei, Mann! Beim dritten Teil starten wir die Drohne! Sie muss hier irgendwo sein! Wir haben jetzt zwei Sachen gefunden, Freunde! Sie sind Pink! Das heißt, es muss von Barbie sein! Ihr hattet recht, Mann! Vielen, vielen Dank für den Tipp, Flexi! Krass, Mann! Aber lasst euch selbst ein Like da! Was ist denn? Schon wieder was, Pinker? Leute, das kann doch kein Vorfall sein, oder? Das ist doch ein Vorfall! Was ist das denn? Hä? Das ist ihr Hut! Das ist ihr Hut! Wenn Barbie mal Party macht, dann zieht sie diesen Hut auf und ist am Start! Weißt du was, Flexi, Mann? Wir lassen hier die Drohne schwarz! Ich wollt grad sagen, das heißt, sie muss hier irgendwo in der Nähe sein und macht eine Party! Ihr seid bei uns! Deswegen schreibt es doch mal Pink in die Kommentare! P-I-N-K! Und lasst ein Like da und wir starten jetzt! Wir haben jetzt so viele Sachen in Pink gefunden! Sie muss hier in der Nähe sein! Es ist doch kein Zufall, oder? Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran! Ich werd die Barbie heute finden! Let's go! Das ist die Märchensiedlung von oben, Leute! Hier sollte sich Barbie befinden! Ihr seht es ja, wir sind riesen Barbie-Fans! Wo, wo, wo? Da ist was Pinkes! Ne, oder? Ne, jetzt war Blumen! Leute, wir suchen nach was Pink im Barbie-Like, so wie Flexi hier auch! Ganz genau! Pink und blonde Haare hat die doch meistens! Deswegen legen wir mal hier die Richtung! Ja, sehr gut! Und in diesem Kino werden wir zusammen auf jeden Fall den neuen Barbie-Film... Sobald der neue Barbie-Film rauskommt, werden wir beide ins Kino gehen! Weil einfach cool ist! Auch wenn es eine Barbie ist und wir sind Jungs, aber es ist cool! Warte mal, Schau mal Flexi! Aber vielleicht treibt sie sich auch in der Nähe vom Kino rum! Nein, 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 hier am Eingang! Guck mal, guck mal da! Oh, das ist was Pinkes, oder? Oh, Pink! Und rot! Das ist Rot! Und Pink! Oh, das ist Pink! Die macht Fotos! Ha? Ist es Barbie? Ne! Das sind Vampire! Barbie hat blonde Haare und keine schwarzen Haare! Verdammt, Freunde! Weiter, weiter! Das Gebiet ist auf jeden Fall riesengroß! Riesengroß, aber wir haben den Beweis, dass Barbie da ist! Das ist ein Märchensiedlung! Das kann ja kein Zufall sein, oder? Das kann ja kein Zufall sein, oder? Schauen wir mal hier drüben bei den Parkplätzen, ob da was ist! Das kann auch sein! Da sind irgendwelche Fahnenflaggen! Vielleicht spielt sie auf den Parkplätzen, im Feld! Das sind die Rechtsfelder! Den würden wir sofort erkennen, wenn... Genau weiter! Links! Links! Da sind irgendwelche Wohngebäude! Wir geben euch jetzt mal eine Rundum-Sicht von dem Gelände! Links! Ne, da ist auch nichts! Den ganzen Platz, dass wir den ganzen Platz einmal gesehen haben! Und zurück! Bei der Tankstelle! Sollen wir mal zur Tankstelle fliegen? Das kann sein! Vielleicht hat Barbie Lust auf ein Eis! Es hat schöne Temperaturen! Es ist warm! Wir können sich da was rauslassen! Wer mag denn kein Eis, Leute? Lasst ein Like da! Und schreibt Pink in die Kommentare! P-I-N-K! Aber ich sehe nichts Pinkes! Die Tankstelle ist blau! Gelb! Ich sehe was gelbes! Grün! Gras! Verflaggen! Autos fahren vorbei! Da sieht's jemand! Gelbes! Im grauen Auto! Ihr seht's hier vorne! Das ist nicht! Du weißt, Ken hat ein schickes Auto! Das ist auf keinen Fall das Auto von Barbie! Weil das Auto ist Pink! Und Ken hat ein Carrello! Und hier drüben ist auch keiner das ein Trampolin! Eine Rutsche! Trampolin, Rutsche! Da ist nix! Wir müssen weiter fliegen! Leute, wir müssen auch jedenfalls Barbie finden! Die muss da sein! Sie muss! Guckt euch das mal an! Sie ist in der Nähe! Bleibt auf jeden Fall Schrank! Es wird... Wir werden sie finden! Wer mag denn Barbie nicht? Es ist doch eine super süße Person! Weißt du was? Guck mal! Filme alles! Da unten sitzen wir! Da fließen wir gerade! Wo soll man winken? Hallo! Okay! Heftig! Mann! Wir fliegen aber weiter! Das bringt nämlich nix, dass wir uns selber filmen! Wir wollen ja Barbie finden schließlich! Und wer kann denn Barbie finden? Aber sie muss doch irgendwo da sein! Ja! Sonst hätten wir nicht die Haare und alles Pinke gefunden! Fliegt man hinter dieses Futuristic Hause! Dahinter? Dahinter! Das kann sein! Das muss doch sein, Mann! Oder sollen wir... Was sollen wir machen? Sollen wir zum Spielplatz fliegen? Alles ist grün! Da würde doch Pink sofort auffallen! Leute, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mit euch da zu diesem Spielplatz! Ab zu diesem Spielplatz! Denn da waren immer unsere Leute! Jeder war mal am Spielplatz! Da ist der Spielplatz! Und wo? Ist da was? Da ist was! Hey, da ist was Pinkes! Das ist was Pinkes! Auf jeden Fall was Pinkes! Da bewegt sie! Da bewegt sie! Was ist das? Barbie! Barbie! Die haben wir sie gefunden! Was? Die wohnt in einem Karton? Nein, Mann! Das ist die originale Verpackung von ihr! Die Originalverpackung, Leute! Wir haben Barbie in real life entdeckt! In real life! Und das um 3 Uhr mittags! Krass, guck mal! Sogar von Mattel! Original! Und die ist da drin! Sie lebt! Warte mal! Das ist ja stillig! Barbie lebt in dieser Originalverpackung in Pink! Wie krass ist das? Guckt euch an! Und wie gesagt! Verpackung Pink! Und ihr Kleid ist auch Pink! So, als würde sie im Supermarkt stehen! Oder im Spielmann lagen! Ey, kennst du's? Krass! Alter, die Arme! Die ist da gefangen! Und blonde Haare! Ich hab's gewusst, ey! Ey, die ist gefangen da drin! Wie heißt das? Eine Klatsche oder was heißt das? Eine Tasche? Gino Maria, helf uns bitte! Eine Klatsche ist das, oder? Aber sie kommt nicht raus! Will sie raus! Sie ist eingesperrt in dem... Natürlich! Guck mal! Nehmen wir vor wie eine Charlie-Joggle-Fabrik! Du wirst in der Fabrik hergestellt! Stimmt! Und du bist ne Puppe wie bei euch! Und du lebst! Und du kommst raus! Du willst raus aus dem Spielgeschäft! Mann, Leute! Lasst ein Like da! Schreibt Pink in die Kommentare! Wir haben sie gepusselt! Sie ist ja angezogen, Mann! Barbie! Versteht's? B-A-R-B-I-E-R-A-S! Ich flieg mal um die Kanone! Ja, mach mal! Vielleicht können wir den irgendwie öffnen! Vielleicht ist das ein Schalter mit der Tonne! Wir sind hier! Ach du mal, sorry, was? Ich hab mich hier irgendwie... Hey, lass diesen Karton nicht aus der Linze! Sie will raus, gell? Sie hat uns aber auch noch nicht entdeckt, Mann! Ich flieg ein Stück lieber nach hinten! Ja, sie hat gerade andere Probleme! Sie will aus dem Karton raus! Vielleicht ist da jemand, der sie beobachtet! Wir fliegen jetzt mal den ganzen Spielplatz mit euch! Oder ist da jemand, der ihr helfen kann? Ich weiß! Weil wir sind hier! Wir können ja nicht helfen und die Drohne hat keine Arme! Ja! Und wir hatten auch keinen Knopf und so! Wir müssen irgendwie den Karton öffnen! Wir könnten zwar mit der Drohne in den Karton fliegen, aber da geht die Drohne kaputt! Nein, nein, nein! Ich will die Drohne! Wir haben so viele Drohnen kaputt gemacht! Wir müssen euch irgendwie Barbie da raus holen! Und deswegen bleibt bis zum Ende dran! Wie können wir Barbie rausholen? Was? Das ist eine gute Frage! Die Arme ist da eingesperrt! Und ich finde, Barbie war immer lieb, oder? Gibt's ne böse Barbie? Nein! Natürlich nicht, Leute! Du kannst dir! Jetzt kannst du! Hat ihr uns vielleicht gesehen? Hattest du die Drohne gesehen? Dann hättest du uns doch gewuckt! Du weißt doch, Paparazzi-Bilder und so weiter und dann tanzt sie so! Extra für die Kamera! Ich verstehe es nicht, Mann! Wieso ist sie überhaupt zu groß? Und das ist ne echte Person! Ich verstehe nicht! Und wieso steht dieser Karton einfach auf dem Spielplatz? Wer hat den Karton da hingestellt? Wer hat den Karton da hingestellt? So viele Fragen! Keine Antworten, Freunde! Leute! Bleibt bis zum Ende dran! Wahnsinn! Guck dir das mal an! Ich fass einfach nicht, Freunde! Wie sowas gehen kann! So ne echte Barbie auf dem Spielplatz! Oh! Sie hat's geschafft! Sie ist ausgerechnet! Leute! Spult zurück! Du musst zurückfliegen! Spult hier am besten zurück, Mann! Zurückspult! Mein Gott! Wohin geht sie? Weiß ich nicht! Du musst sie verfolgen, Mann! Wohin? Wohin läuft die? Alter! Die läuft zur Rutsche! Guck mal, die Leute gehen alle weg! Hä, wie sie jetzt rutschen? Sie rutschen? Sieht so aus, ja! Ah ne, die sucht was! Meinst du? Ja, sie hat so gemacht! Das heißt, sie sucht was! Die sucht? Oder jemanden! Die will irgendjemand zu spielen haben! Ich weiß es nicht! Ne Puppe ist auch zum Spielen da! Ja, ich hab' keine Ahnung! Und... Ne, was sucht? Was hat denn deine Hand? Ah, hat sie die Blumen weggeschmissen? Sie hat so süß gesehen! Wieso das denn? Sie sucht ihren Lieben! Ja, aber ich hab' keine Böse Barbie! Ah, sie rutscht runter! Sie rutscht? Na ja! Sie rutscht echt runter! Was geht jetzt ab? Hä, sie hat doch grad die Blumen weggeschmissen! Warte, guck mal! Jetzt zieht sie die Blumen wieder auf! Was geht jetzt ab? Ich check' gar nichts mehr, was sie macht! Und da sitzt irgendwelche Leute drumherum! Schau' dir zu! Jetzt tanzt sie wieder! Jetzt ist sie wieder gut drauf! Davor war sie aber ein bisschen ang... Ist Barbie böse oder lieb? Ich weiß es nicht! Böse oder lieb? Ich hab' keine Ahnung! Was meinst du? Ich schau' bloß, dass du die Drohne nicht wieder kaputt machst! Nee, nee, das kriegen wir heute auf jeden Fall nicht hin! Was ist logisch, ist auf nem Spielplatz! Das heißt, sie spielt auf nem Spielplatz! Ja, aber sie schaukelt jetzt! Ja, aber komisch! Irgendwie... Guck, sie sucht immer jemanden! Sie schaut so rum! Sie hat gar keinen Spaß! Ich schwör's euch, Leute! Sie will ihren kennen, ihren verliebten Boyfriend kennt! Ihr wisst, Ken! Mokies! Schön braun gebrannt! Richtig süß! Immer zusammen! Latino! Jetzt rutscht sie schon wieder! Aber ist ne andere Rutsche! Aber die sucht die ganze Zeit! Hey, hey! Fliegt nicht so nah ran! Die ganze Zeit sucht sie jemanden von! Die hat's doch gesehen! Ich glaube auch! In der Box! Als sie in der Box war! Okay! Fertig gerutscht! Ja, ist war die eigentlich, Mann! Sie ist erwachsen! Sie ist 18-jährig! Ey, das gab's sie nicht schon in den 90ern und 70ern, Barbie! Warte, da müsste sie jetzt schon mehr Oma sein! Ja, aber die hat sich gut gehalten! Hat sich gut gehalten! Ken auch! Auf jeden Fall, Mann! Das ist echt krass! Und der Karton steht immer noch da! Da ist ein Karton auf dem Spielplatz! Das ist Barbie drin! Barbie hat sich gerade gefragt! Wer sucht sie da? Und wen sucht sie? Was könnt ihr sie suchen? Wenn ihr's wisst, schreibt sie in die Kommentare! Ich weiß es nicht! Aber jetzt schaukelt sie einfach nur! Sie schaukelt und schaukelt und schaukelt! Sie überrutschen! Dann hat sie ihre Blumen weggeschmissen! Dann war sie so noch mal rutschen! Jetzt schaukeln! Hä? Kapier ich gar nicht! Ich check's auch nicht! Und da ist der Karton! Da ist jetzt niemand mehr! Nur noch sie! Nur noch Barbies am Start! Sonst keiner mehr! Alle sind gegangen! Alles sind weg! Auch die Zuschauer oder was? Wieso machen die Leute eigentlich kein Bild mit Barbie? Ich versteh's auch nicht! Wir haben alle Angst wahrscheinlich! Wir sind hier schade! Sonst hätte ich mit Barbie auf den Bildern! Sonst hätte ich mit Barbie auf den Bildern! Wir kennen das doch ein Selfie! Mit Barbie! Wer hat denn ein Selfie mit Barbie? Was jetzt? Weiß ich nicht! Pass auf die Drohne auf Cayman! Alter! Macht die Ritual! Macht die Ritualfreunde! Oder macht die Yoga! Ich hab keine Ahnung! Zumba! Ah nein! Sie tanzt! Wie so eine Ballerina! Meinst du? Ja das ist so Ballett! Das kann doch nicht sein! Das ist so Ballett so! Natürlich das geht so! Vielleicht will sie damit jemand herlocken! Du meinst so ein Liebestanz? Ja sowas eh nicht! Wow! Ein Rad! Alter! Barbie ist sehr sportlich! Da hat man aber kurz vor dem Rock gesehen ne? Ja aber sie ist sehr sportlich! Du hast recht! Aber das muss man sagen! Das war ein halbes Rad! War nicht so krass! Ja Leute! Das könnte ich mir besser vorstellen! Aber warum machst du ein Like da? Ich frag mich! Und wieso geht sie nicht von diesem Spielplatz weg? Wenn die NK in die Kommentare ist! Das ist ganz wichtig! Aber wieso bleibt sie denn die ganze Zeit auf dem Spielplatz? Ich weiß warum! Sie war in der Box eingesperrt! Weil Ken hat sie da hingestellt! Und ihr Boyfriend Ken hat sie da hingestellt! Aber wieso geht sie da nicht weg? Jetzt geht sie oder? Nein! Aber ich dachte! Verlasst doch mal den Spielplatz! Und gehen woanders! Sie wartet auf ihre große Liebe ihr BFF-Camp? Ja aber da kommt niemand! Nein! Ich hab's gesagt! Jetzt habt ihr die Drohne gesehen! Sie retten uns zu Leute! Pass auf Mann! Oh! Ich kann nicht wirklich! Hey Mann! Weiter mich! Ich hab noch keine Augen hinten! Wenn dann! Weiter 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 weiter! Oh oh! Ich glaub sie... Sie will die Drohne! Sie wollte die Drohne runterhauen! Nicht schon wieder! Aber wir sind... Die haben so 100 Drohnen in euch! Wir können nicht noch mehr Drohnen! Ich gibt ja noch... Hey Mann! Das ist knapp! Ah endlich! Die Frage ob sie gut oder böse ist haben wir jetzt geantwortet! Sie ist böse Mann! Naja! Oder sie hat einfach nur keine Lust auf Drohnen! Das wissen wir nicht! Das wissen wir nicht! Sie ist nicht zu nah, Hey Mann! Guck mal wie böse die ausschaut Leute! Ihr habt's gesehen! Ich kann nicht noch mal ne Drohne kaufen! Pass auf! Mann! Cayman! Hoch in die Luft! Höher! Höher! So! Guck doch! Das Pink sieht man auf dem Gras sowieso! Also! Brauchen wir gar nicht so nah hin fliegen! Alter die Box steht da immer noch dahinten! Die Box steht immer noch! Und sonst ist kein Mensch nur bei... Sie kommt wieder Cayman! Ich seh's! Ich seh's! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Es war so knapp! Ihre Hand war gleich bei der Drohne! Ich hatte keine Kontrolle man gerade! Wieso denn? Weiß ich nicht Freunde Mann! Sie hat wenig Batterie! Wo? Nein! Oh mein Gott! Die Drohne zieht uns zu landen Mann Flexi! Wo ist der Akku? Wieso denn? Nein! Ich kann! Ich sitz da oben! Ihr sitzt! Hast du den Akku nicht kennengelernt? Hast du den Akku nicht kennengelernt? Wir sind am Akku nicht... Wir sind am Akku! Wir können das machen! Da ist sie! Toll jetzt hat sie! Ich hab gehofft dass sie die nicht entdeckt hat! Was macht sie da? Oh! Was macht sie da Freunde? Bitte! Bitte nicht schon wieder ne Drohne! Ah! Oh mein Gott! Sie hat die Drohne! Sie hat unsere Drohne! Barbie hat unsere Drohne! Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung Mann! Wir brauchen die Drohne doch wieder! Ja? Aber wie kriegen wir die Drohne? Sie hat einfach unsere Drohne geklaut! Vielleicht kommt sie hierher und bringt sie uns! Weil das immer unsere Adresse drauf fällt! Da! Oh! Warte! Digga! Ist das? Bringt sie uns die Drohne? Weiß ich nicht! Denkst du das ist Barbie? Ich hoffs Mann! Denkst du das ist Barbie? Ja weiß ich nicht! Da hat jemand gerade geklaut worden! Ja und jetzt? Weg damit Alter! Wie ist das Mann? Oh mein Gott! Guck mal da! Da sehe ich es noch! Alter was geht denn jetzt? Wer ist da? Siehst du das? Ja ich sehe das! Komm mal mit! Was ist das? Das ist unsere Drohne! Das ist unsere Drohne! Und das ist doch Pink! Das ist Pink oder? Das ist Barbie man! Das ist Pink! Das ist Barbie! Barbie steht vor der Tür mit unserer Drohne! Woher weißt die denn? Du siehst es doch! Aber wie schnell ist die hier vom Spielplatz hierher gekommen? Guck mal! Ihr seht das ist unsere Drohne! Das ist unsere Drohne! Das ist unsere Drohne! Ja was machen wir? Sollen wir öffnen? Mach auf! Nein Mann! Und was ist wenn es eine Falle ist? Weiß ich nicht! Also auf die uns einfach so die Drohne zurück gibt! Natürlich! Obwohl es ist Barbie! Na gut dann machen wir auf! 1 Bitte lass ein Like da! Oh Barbie! Oh Barbie! Unsere... Ja! Warum kommst du nicht mit mir mit heute Abend? Ja! Ich zeig dir die Insel Baby! Das ist doch wohl klar! Und ich bin K-Man! Ja! Und ich flow die Bars! Jetzt kommt Money Boy! Der... Ja! Ja! Immer wenn ich fliege! Dann bin ich so... Ja!